so genau dadurch einnehmen rechtzeitig vorwart zur weihnachtszeit zur verfügung steht ganz das ganze wird diesmal gehen an strahlermännchen e.v zu 80 prozent und 20 prozent gehen wir beim letzten aktion an bärenherz wiesbaden in jeder gewinner box das ist auch der grund warum wir das gewinnspiel vor weihnachten vorgezogen haben damit ihr rechtzeitig ein adventsgelände habt und ihn natürlich auch ich hoffe ihr habt das gesehen und ihr seht jetzt was hier los ist